dann proben wir uns erstmal ein status update wo wir das letzte mal aufgehört haben aber erstmal zischen wir uns mal ein timefall porter in die rippen rein damit und dann sehen wir auch gleich wieviel ausdauer wir noch haben ja wir sollten ein bisschen nachholen rein damit immer weg damit immer weg damit so na gut wir haben die player haben wir neues lied ok das sind wir aufträge was haben gerade dabei medizinische fachtexte und dann haben wir das ist die automatischen sonst habe gar keine dabei wir müssen einmal zum onkel doc gehen frage ist konnten wir in die alte welt gucken ich bin mir da gerade gar nicht sicher denn ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen backtracking machen muss ich sagen und eigentlich wir können glaube ich nicht rüber gucken ich würde mich ganz gerne auf der anderen seite noch die die bunker noch alle voll machen die frage ist wie viel haben wir noch drüben das weiß ich gerade nicht ach komm wir springen mal rüber was soll's wir springen einmal rüber ah ähm beteil das hier und genau beteil das sind drum Hallo, Fragile. Der Navigatorschirm macht's mit. So. Und dann machen wir mal heute ganz im Sterne, der Vollständigung der Sterne. So, und... Da ist er. Guck. Ich bin ja... Ich mag das zu springen, okay? So. Wir gehen raus. Oh. 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 hast du ja leider wieso leider ist das nicht so gut warst du zufällig im keller ich war im keller ja und ich habe auch gehört und gerochen was du da unten gemacht hast wenn du wenn du darauf hinaus solltest marie traut sich gar nicht erst runter vielleicht anderen noch zugucken der daniel macht trocknet fisch der fisch ist fast fertig wie geht es immer besser wir haben und ja nur echt tatsächlich nur ganz kurz reden können fand ich ein bisschen schade aber wie geht es hier ein bürchen und der zergeht auf der zunge das glaube ich gern ich weiß ja dass das bei dir schmeckt ich weiß ja dass das bei dir schmeckt das ist es ja richtig schön zum mittwoch stream oder so aber sonst hatte morgen und übermorgen eigentlich frei aber die haben sich eingesetzt zum nachrüsten ok ist auch nicht so gerne aber sowas mache ich denn da ich wollte das eigentlich herstellen fahrzeuge herstellen langstrecke stufe 2 haben wir hier auch mal ein leider aber egal dafür nicht noch mehr minus stunden ja das stimmt und dann dann ist doch auch was schönes wenn du da nicht noch minus stunden machst so mache ich da eigentlich das fahrzeug jetzt draußen 230 minus stunden reichen auf erst mal ja dann ja also ja gebe ich gebe ich dir im großen und ganzen recht definitiv 230 minus stunden und besser man kann es auch übertreiben die scheiße die zerfällt ja die ist ja am zerfallen immer dieses zu hause bleiben ja zu hause ist auch immer ätzend jeweils bist du im game ich weiß das gerade gar also prozentual weiß ich das gar nicht aber ich bin gerade dabei ein bisschen backtracking zu machen ähm ich bin gerade in den östlichen teil wieder gereist weil ich heute mal ein bisschen auf was macht er ich gebe nicht mal gas gerade ähm weil ich gerade ein bisschen backtracking mache weil ich sterne sammeln möchte und wir haben ja noch den windpark hier hinten wo wir ganz ganz viel hin liefern können deswegen habe ich gedacht ich liefere mal ein bisschen hier hin unser fahrzeug wollte auch weg und auch kein bock mehr ist doch auch doch doch das ist hier so windig ne warte auf den moment wo es heißt moin moin digga ist schon zwölf monate dabei ja dafür musst du zwölf monate abonnieren mein bester bludensfarm bludensfarm da ist windpark noch zwei stück ist ja umsonst also kein problem genau das ist denn was macht er denn alter so kann ich dass du nicht greifen irgendwie ist das komisch kannst du bald eigentlich deine eigenen emote erstellt ich habe ja eigene emote haben die sind aber von twitch also ja also dass die die können bei mir genutzt werden von twitch aber eigene erstellen kostet echt geld alter schwede jetzt kommen sie genau die aber das sind die stufe 1 das sind die stufe 1 aber ja das sind die ich gewählt habe sagen wir mal so das sind die ich gewählt habe dann kommt stufe 2 dafür musst du stufe 2 abonnieren um die nutzen zu können bohler an da sind das viele ja 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 Egal, komm. Dann hat er uns eben. Dann hat er nicht. Nein, er hat uns. Egal, hat er uns eben. Egal. So, gute Nacht, mal besser. Leg mich langsam hin. Wir schnappen auf jeden Fall, Daniel. Schlaf gut und träum gut und hab eine gute Nacht. Oh, oh. warum hat er die weggepackt komisch haben wir besiegt da freut sich und dann holen wir mal die anderen sachen da können wir ja durch und 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 so und 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 wie soll es anders sein das war knapp was trinken und dann traumelt er da erstmal nehmen wir uns erstellen reparaturspray wenn wir schon mal hier dran erlebt reparaturspray machen wir einmal alles heil und dann aktivieren wir noch mal ich glaube das haben wir gerade mal einmal benutzt ist ja nicht viel so dann liefern wir mal ein paar aufträge eine ganze menge aufträgen er guckt auch immer so böse verdammt du bist schnell müde mein besser ganz schnell müde geistergrün haben wir schön oh bald was ist lieferungsvolumenklasse 60 erreicht und kannst jetzt mehr fracht tragen meisterkurier oha wir werden für dich beten warum braucht ihr nicht aber danke neue aufträge verfügbar so standard aufträge wir gucken mal ludens fahren brauchen wir auf jeden fall da haben wir eine sache ja mehr nicht ne mehr brauchen wir nicht der rest ist ich glaube tatsächlich dass wir auch überhaupt nicht mehr brauchen da ist voll die ludens fahren noch nicht ganz das ist der verbrennungsofen der ist voll capital not auch der musiker war ja auch voll wo ist er denn da genau der ist auch voll ich glaube noch port not ist noch nicht ganz voll ne nach port not müssen wir noch was bringen hatten wir hier was für port not dann können wir das gleich mitnehmen 45 minuten zeit sollten wir hinkriegen ich bin der meinung hier lagen auch irgendwas mit port not rum er für die ludens fahren wenn ich mir nicht irre amikalien da hinten mit ein das ist So, die Batterie ist fast leer. Hier fängt wieder an zu regnen. So, die Batterie ist fast leer. Aber komm, wir sind wenigstens raus. Das ist schonmal von Vorteil. Was haben wir denn hier noch drin? Ist jetzt das was für ein Windpark drin? So. So, das war's. So, das war's. So, das war's. Wir sollten das so viel wie möglich mitnehmen. Wir sollten das so viel wie möglich mitnehmen. Äh, ihr wisst schon. Dann ist noch mehr Ludens Farm. Spannend. So viel wie möglich. Ich glaube, dass wir tatsächlich noch einmal ranfahren müssen. An die Ludens Farm. Hoffe ich. Hören wir mal so. Musiker, Musiker. Und was für Portnod, das nehmen wir auch gleich mit. Musiker, Musiker. Musiker, Musiker, Musiker. Hmm, Chemikalien. An wem ist der eigentlich? Bro. Spannend. Komm, weißt du was, dann liefern wir mal das, was wir nicht brauchen. Ich verteile das Zentrum, das, das, das vertrauen wir nicht an. Und die zwei, die können wir ja abheben. Bei, bei dem macht das ja gerade, das hätten wir direkt hier abgeben können. Wie dumm. Egal. Fahrzeug benutzen. Wir fahren hier einmal runter, lagern das Fahrzeug einmal ein. Und eigentlich brauchen wir das Fahrzeug noch nicht einlagern. Das ist noch nicht defekt genug. Das wäre Quatsch. Terminal aktivieren. Ach ne, warte, 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 warte. Ah, 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 ah. Ja. Erstmal heil machen. Und dann abgeben. Wir wollen ja auch gar nichts abgeben. Dumm. An Musiker, dann haben wir was für Portnought. Was nehmen wir mit? Wenn wir das mal aufrecht gehen. Warte mal. Ich glaube, wir packen... Warte mal. Ich glaube, wir packen... ... Das alles mal aufs Fahrzeug, wenn wir das schon mitnehmen. So. Und los wollen wir. Die Stadterweiterung geschafft, ja, 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 ja. Das war eben noch nicht hier, bin ich der Meinung. Übrigens, der Spiegel rostet. Ich wollte es nur mal sagen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass hier drin alles Metall ist. Bitte, da ist noch ein bisschen was Gummimäßiges drin und das fängt aber alles an zu rosten. So, noch mehr Windfahrt. Weil das wird die Station nochmal danach sein. Und dann sollten wir hier eigentlich fast durch sein, weil da müssen wir nur noch Portnot beliefern. Und da sollten wir dann auch so viel wie möglich mitnehmen. Ja. 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 Hm. Sam's Akku ist komplett aufgeladen. Na bitte. Na bitte. So, dann wollen wir da hoch. Warum liegt hier denn bitte eine Kletterverankerung? Irgendwas ist hier doch... Von der Seite da hoch. Okay. Probier mal die andere Seite da hochzukommen. Schön blockiert. Okay. 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 Dann packen wir weg. Okay. 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 So gut wie eben möglich. Ahja, heute ist ja Montag. Stimmt ja. Heute ist ja Montag. Heute ist ja der, der schwarze Flangentag. Stimmt. Das einmal weg. Das überspringe ich aber. Imitation. So, dann haben wir... Was haben wir denn hier drin? Nix. Das ist viel. Hier haben wir viel drin. Aufträge für Sam. Ordnet das gut. Weniger von mir empfinde ich für Handbarkeit. Diese Flacht ist gering und sie lässt sich nicht sehr leicht zerstören. Weil das eine Flagge ist. Darf sie... Ja, ähm, ist, ist egal. Nehmen wir an. Wir fahren mit dem Fahrzeug. Aber, aber spannend. So. So. Vielen Dank für deinen Beitrag. Kein Problem. Sind das schon Stöße, die nicht so gut sind? Ich hoffe, ich hoffe nicht. Diese Brücke ist auch so sinnfrei. Spannend. Warum hat der gerade abgebremst? Das war ja komisch. Scandard gestanden. Bridges ID wird gescannt. ID Anzug wird dekontaminiert. Amt geschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. So. Jetzt gucken wir hier nochmal was, ob wir was für einen Windpark haben. Ich vermute aber nicht. Ne, nur Musiker. Aber. Die können wir mit den Bots ausführen einmal. Dann sind die nämlich alle weg. Zack und weg. Ich geh mal erst. Mach das, Razzi. Lass es dir schmecken. Was gibt's denn leckeres? Was gibt's denn leckeres? Das ist alles. Untertitelung des ZDF, 2020